Hallo und herzlich willkommen hier auf der Couch. Was sollten das hier eigentlich werden? Seitdem ich mich mit Telemann beschäftige, wünschte ich mir, ich könnte ihn mal auf meine Couch einladen und ein Bierchen mit ihm trinken. Es gibt so viele Dinge, die ich ihn gerne mal fragen würde. Und außerdem würde ich gerne mal gucken, ob er wirklich so ist, wie ich ihn mir anhand der Quellen vorstelle. Weil ich darauf aber wohl noch ein bisschen warten muss, möchte ich Sie herzlich einladen, virtuell zu mir zu kommen. Ich möchte Ihnen erzählen, warum ich Telemann so mag und warum ich glaube, dass es sich unbedingt lohnt, sich näher mit ihm zu beschäftigen. Wenn ich mich mit Leuten über Telemann unterhalte, rollen die meisten mit den Augen. Kennen tun ihn die meisten. Aber selbst für alte Musikspezies ist er oft genug der langweilige, unübersichtliche Vielschreiber. Das ging mir viel zu lange selber so. Aber im Telemannjahr 2017 habe ich mehr Stücke von ihm kennengelernt als je zuvor. Und ich war total platt, wie abwechslungsreich, sanglich, harmonisch interessant und trotzdem gut verständlich seine Musik ist. Bis dahin kannte ich eigentlich nur die Singespiel- und Generalwassübungen, den harmonischen Gottesdienst und einige Instrumentalwerke. Dann lernte ich aber die Passionen kennen. Mit Bach sozialisiert war ich von der schieren Vielzahl überfordert. Es ergab sich für mich einfach kein Kanon. Keine Arie, die so hängen blieb wie Erbarme dich. Es lag aber nicht daran, dass die Stücke langweilig oder schlecht gewesen wären. Gar nicht. Es lag nur daran, dass wir jedes nur einmal aufgeführt haben. Es gibt ja noch so viele andere. Wie du sündigst auf Ehre. Als wir eine CD mit Teilen aus dem Messias nach Klopstock machten, war ich total beeindruckt, wie er sich teilweise von der normalen Oratorienform mit Rezitativen und Arien löst und es als Frauenstimm-Duett durch alle Gefühlsregungen komponiert. Denn bald vor ist ein Buch von deinen Händen, der Richter. Wirklich geflasht hat mich aber der Tag des Gerichts. Hier gibt es rockig-fetzige Musik, die alle Dramatik in die Töne nimmt. Jetzt ist alles noch im alten Stil, Rezitative und Arien. Wenn es dann aber inhaltlich in die Zeit nach dem jüngsten Gericht, also in die neue Weltordnung geht, ist alles schön durchkomponiert und galant. Seine Tricks sind manchmal einfach, aber immer wirkungsvoll. Seitdem beschäftige ich mich mehr mit ihm. Ich fand bald die moralischen Kantaten und mir war klar, dass ich die unbedingt mit dem Repertoire haben möchte. Leider spricht uns der Titel nicht mehr so wirklich an und moralisch weckt bei uns die falschen Assoziationen. Mit ihren Inhalten und der wortgenauen Komposition finde ich sie total lohnend und hochaktuell für uns. Genau, die Singespiel- und Generalwassübung. Die größte Kunst ist Geld zu machen, aufs Geld um endlich alles an. Für dieses Handwerk nicht versteht und mit der Weisheit beten geht. Dir ist der Rat, die Schlimmere. Der Lerlauf während der Corona-Zeit lieferte nun die ideale Gelegenheit, um eine CD daraus zu machen. Sie gibt es seit März 2022 bei Genuine Classics. Parallel dazu möchte ich hier auf dem Kanal und in einem Podcast mehr von Telemann und den Stücken erzählen. Ich möchte Sie einladen, dabei zu sein und Telemann so vielleicht etwas besser kennenzulernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017